Hallo zusammen und willkommen zurück zu CitySkylines. Heute geht's in meiner Stadt und heute geht's weiter mit, äh, nicht mit dem Industriegebiet hier, aber ich hab in dem Industriegebiet mal eine Antenne gesetzt, damit wir eine größere Abdeckung haben, damit die Zufriedenheit ein bisschen steigt und ich hätte hier nicht hingucken sollen, der, äh, der Bahnhof, äh, der Hafen hat ein kleines Stauproblem, sehe ich gerade, aber, ähm, ignorieren wir das erstmal. So, das machen wir andermal, wie immer eigentlich, weil um das kümmern wir uns jetzt nicht, weil mit den Industrie-Sachen muss ich mich eh nochmal, ähm, ein bisschen mehr befassen. Problem ist ja auch, wenn, sag ich mal, hier auch eine Industrie, äh, äh, baut, dass dann hier sowieso wahrscheinlich Chaos herrscht, obwohl ich muss sagen, dass Industrie-Grid hier echt gut funktioniert mit den Ampeln und mit dem Abfuhr der Autos. Also ich mag es. So, jetzt machen wir hier weiter bei der Kathedrale des Wohlstandes, ähm, die ist immer noch deaktiviert, wir aktivieren sie jetzt mal und alle freuen sich drumherum. So, ähm, ein cooleres Grid für, äh, Wohngebiete war mal angedacht, aber wie ich dieses Grid baue, weiß ich noch gar nicht. Aber was wir jetzt erstmal griddeln, ist, ähm, ein wunderschönes Wohngebiet. Hier sind Gewerbegebiete, das wissen wir und jetzt machen wir quasi ein wunderschönes Wohngebiet. Und der kann mal so parallel, könnte man das eigentlich laufen lassen. Wobei, wenn wir hier die Hauptstraße haben, dann würde ich fast schon sagen, wir lassen von der Hauptstraße ein paar Wohngebietstraßen hier rüber gehen. Habe ich überhaupt Sound? Ah doch, da ist er. Ich glaube, meine Boxen waren nur falsch eingestellt. Okay, läuft weiter. Gut, wir haben auch so viele verschiedene Straßen. Ich verwende die irgendwie gar nicht. Was ist das? Oh, Small One-Way-Road with Bicycle-Lanes. Oh, sehr geil. So, dann haben wir hier noch was, da noch was. Dann sollen wir hier wieder so eine Art Kreis, ähm, machen mit Einbahnstraßen. Oder vielleicht auch was anderes. Die ist Schierlingsstraße, by the way. Oh, eine Elevator-Brick-Road. Was ist das denn geiles? Ja, noch nix. Das möchte ich jetzt einmal ausprobieren. Also wir entdecken ja auch immer jedes Mal neue Sachen. Also solche Sachen finde ich echt geil. Einfach, um manche Sachen vielleicht so ein bisschen aufzuteilen. Hauptstraße oder Zug und dann so eine Brickstraße da rein. Machen wir die mal höher, was? So auf sechs Meter vielleicht. Lul! Das sieht ja mal mega schön aus. Achte mal drauf. Oh, mit so einer Brücke da drunter. Oh. Das ist ja mal cool. Okay, von vorn ist es durchsichtig. Aber man muss ja die Straße auch zu Ende führen. Nice! Jetzt frage ich mich gerade, wo kann ich das einbauen, damit es cool aussieht. Ich glaube hier noch gar nicht. Aber vielleicht später mal. Aber echt schon cool. Jetzt will ich hier irgendwie auf den Berg rauf mit so einer Mauer. Oder man trennt, sag ich mal, das Industriegebiet mit einer Mauer auf einer Straße ab. Obwohl hier ist keine Industrie, hier ist nur ein Gewerbegebiet. Okay. Gewerbe. Ah, gutes Stichwort Gewerbe. Warte. Wir bräuchten ja noch ein bisschen Gewerbe. Deswegen mache ich jetzt erstmal folgendes. Und zwar nehme ich mal ganz kurz die Bus, äh, die Linie hier. Mit dem Bäumchen. Und ziehe ich mal ganz kurz hier eine durch. Ziehe mal ganz kurz eine Leine durch. Geht aber doof, oder? Und, äh, mach auf der anderen Seite auch noch. Äh, warte mal, so würde ich das gerne machen. Ich würde ganz gerne die Straße quasi doppelt haben. So. Vielleicht auch so. Warum ist aber der, also der Winkel ist an. Okay. Ich hab immer so ein bisschen tricky alles. Ja, wusste ich. War nicht ganz genau parallel. Ah, wohl, äh, doch, doch, das wegen dem Grid. Okay, läuft. Klär mal ganz kurz, was ich machen wollte. Ich würde ganz gerne auf der gegenüberliegenden Seite, nämlich hier, auch ganz gerne Gewerbegebiete haben. Und das kriegen wir nur hin, indem wir das so machen wie jetzt. Ja. Warte. Jetzt ist, jetzt ist hier wirklich jedes Kästchen ausgefüllt. Jedes Kästchen. Ausgefüllt. So, Gewerbegebiete am Start, an dem wir natürlich auch mal die dicht besiedeln. Gerade bei der Kathedrale des Wohls. Was ist denn das denn für Form? Guck mal, hier, da. Egal, wir machen alles voll. Wir tapezieren alles. Mit wunderschönen Gewerbegebieten. Und die Frage war ja auch, soll ich hier eine Straßenbahn einbauen oder nicht? Viele wünschen sich eine Straßenbahn. Ich weiß nicht, ob wir eine Straßenbahn brauchen. Ich fände aber eine Straßenbahn eigentlich auch mal cool. Also so für, für... Vierspurige Straßen mit Straßenbahngleisen. Das ist eine sechsspurige, by the way. Ich glaube, eine sechsspurige gibt es nicht, ne? Da müssen wir wohl auf vierspurig runter. Warte, gucken wir mal. Also sieht schon sehr geil aus, muss ich schon sagen. Aber die drehen nicht, ne? Die enden einfach. Okay, wir brauchen den Circle auf jeden Fall. Den Circle of Straßenbahnen. Oh, da sind Tote. Holy shit, man. Wir brauchen ein Krematorium. Bei den Toten. Warte mal, wir können doch jetzt eh, ähm... Da sind Tote drin, ne? Finde ich jetzt nicht so gut. Aber man kann die Toten natürlich auch... Warte mal, wo ist jetzt mal ein Straßenbahn? Hier ist mal ein Straßenbahn. Gibt auch Einmannsstraßen. Dann gibt es auch noch Einmannsstraßmann, nice. Ah, es gibt auch pure Eisenmannsstraßen. Also ohne, ohne, äh... Äh, öh, öh... Ohne Häuser dran sollt's haben wir's. So, okay, der Tote ist auch weg. Nice. Da fahren wir mal rum jetzt. Jetzt ist die Frage, ob wir die Straßenbahn da drüber fahren lassen. Glaub schon. Also ich baue jetzt gerade wieder so frei Schnauze irgendwo. Guck mal, wie schön. Dann kann man da so eine Brücke drüber, kann man nicht. Oh, Mann. Selbst hier geht's nicht. Hier vorne geht's. Ja, okay, da ist auch keine Straße erhöht. Top. Naja, aber Straßen... Obwohl, Straßenbahn gehen auch nach oben, ne? Stellenweise. Je nachdem, wenn ich etwa so Städte mir, äh, durch den Kopf gehen lasse, da gehen die Straßenbahn halt auch nach oben. Aber hier eine Straßenbahn in dem Gebiet finde ich echt cool. Dauert zwar wahrscheinlich wieder 400 Folgen, bis sie aktiv wird. Aber, äh, kann man ja mal machen. Ähnlich wie drüben, die Monorail, die dann absolut nicht profitabel ist. Da war auch ein lustiges Kommentar drin, äh, von wegen, dass... Obwohl, das war ja noch ein bisschen ausge... Ja, war nicht lustig. Nur im ersten Moment hat sich's lustig angehört, aber es war nachher eigentlich sinnig. Ähm, es fing so mit, äh, so an von wegen, äh, du musst Nahverkehrsmittel so bauen, dass die Leute dahin kommen, wo sie hin möchten. Dachte ich mir so, ja, versuche ich ja die ganze Zeit. So, und dann war da aber noch ein paar Sachen dran, wo es dann letztendlich Sinn gemacht hat. Auf jeden Fall, danke schön. Ich mag Kommentare. Jetzt haben wir wieder so eine eckige Straße hier vorne. Aber da ist okay, hier machen wir eine Runde jetzt dran. Äh, so wie ich hier abgehe, immer rein, raus zu holen, dann wird dann ja schlecht, Alter. Hier, so. Ja, das ist schön. Das ist nicht schön. Kriege ich hier gerade durch? Oh, da haut der Berg ab. Ne, gar nicht. Jetzt hab ich da so eine Welle drin. Ich will da keine Welle drin haben. Ich möchte diese Welle nicht. Ich erinnere mich jetzt so ein bisschen an den Stream mit den, äh, Hardtubes. Hat jemand gesagt, ja, wie bei City Skylines, wenn du deine Straßen da machst? Also mein neuer Rechner mehr oder weniger, wo ich jetzt, der müsste, wenn, wenn alles klappt, kommt Ende der Woche ein Video dazu raus. Das wird cool. Und dann läuft der ja demnach auch und dann freu ich mich schon. Bin sehr gespannt, wie schnell der dann bearbeitet, rendert, whatever, weil der ist ja ein bisschen besser als der hier. Und wenn das Video rauskommt, könnt ihr quasi auch diesen Rechner, an dem ich gerade City Skylines spiele, zum Teil gewinnen. Was heißt zum Teil, ähm, ihr könnt Teile daraus gewinnen. Das heißt zum Teil. Oh, warte mal, jetzt machen wir mal wie in unserer ersten Stadt. Das ist jetzt eigentlich cool. Achte mal drauf. Wenn man das dann, ähm, um den Kreislauf herumführt, nahezu im selben Radius, was natürlich erstmal gemacht werden muss, geschafft werden muss. Ja, selber, selber Radius ist immer schwierig, ne, warte mal, ich brauche jetzt erstmal einen, einen, einen Punkt. Hm, ich meine jetzt erstmal die Straße, muss ich nachher eh nochmal wechseln. Ma, bitte. Okay, dann machen wir hier Sonnen. Ah, hier können wir noch. Der Punkt sollte eigentlich gut gehen. Achtung. Naja, nicht ganz. Der ist gut, okay. Und dann machen wir die Straße zu einer normalen sechsspurigen, wie wir das auch bei der anderen Seite hatten. Wo die da sich gar nicht lohnt eigentlich, ne, sechsspurige Straße. War das mit Bäumen? Ja, mit Bäumen. So. Nice. Wie viele Straßen biegen denn da ab drei? Und drei gehen auch da drauf. Okay, lohnt sich schon irgendwo. Äh, äh. Und ihr wisst, wir fangen jetzt an, wir fangen jetzt an, jede Kreuzung und jede Straße passend einzustellen. Ich hoffe, das geht auch einigermaßen. Dann, äh, Fahrspurverbinder ist hier oben top. Hier noch nicht. Ich glaube, wenn man das wirklich konsequent durchführt, dann kann man echt so viel Stau vermeiden. Oder je nachdem, wie man es baut, auch wahrscheinlich produzieren. Das möchte ich extra auf die, weil es kann auch sein, dass die Spur nach da oben möchte. Das soll nicht passieren. Das soll erst im späteren Verlauf passieren. Genau, da sowieso alles gut. Genau, da sag ich, fahr mal durch. So, zack. Und kann man hier noch was machen? Rechts geradeaus. Ne, ist eigentlich ganz cool, ne? Zwei geradeaus, zwei links. Zwei rundherum, ein vor, zurück. Da ist auch alles gut. Ampeln sind aus. Geradeaus rechts links. Okay, gut. Geradeaus rechts links. So, Fahrspuren. Wisst ihr, was wir jetzt einfach machen? Ich werde jetzt einfach diesen Circle, also diesen Kreis, den wir jetzt schon haben, werde ich jetzt einfach mit einer... Alter, was klicke ich hier? Mit einer Straßenbahn voll machen. Ich möchte sehen, wie diese Straßenbahn heute noch daher fährt. Passt auf. Warte, wo bin ich... Hä? Ah, ich bin noch im Abrissmodus. Ich möchte nicht im Abrissmodus sein. So. Ja, ist doch schön. Ja. Sieht momentan ein bisschen straight aus, aber ist okay. So, das ist unser Straßenbahn-Depot. Hier wohnt noch gar keiner, aber wir haben ein Straßenbahn-Depot. Cool. Der ist auch ein bisschen laut, wie man sehen kann, dieses wunderschöne Depot. Ah, genau. Das können wir einfach hier reinbauen. Perfekt. Hinter dem Gebiet. Ja, nice. So, okay. Von da aus kommen die drauf. Das ist echt geil. Also, ich bin jetzt sehr gespannt. Achtung, jetzt machen wir ein paar Haltestellen. Oh, wir können Haltestellen bauen. Die macht man in der Mitte der Straße. Okay, macht Sinn. Äh. Ja, wir haben noch nicht so viel. Hä? Fahrt nicht auffindbar? Wollen wir mich veräppeln? Achso. Ah. Oh. Da kommt eine Haltestelle hin und hier ist wer zurück. Ja. Da mögen die Leute. Los geht's. Damit fahren null. Kostet einfach nur Geld. Wir haben nur noch 9000 plus, Alter. Ich glaube, wir brauchen nächste Woche mal eine Optimierungsfolge. Ah, geil. Ja. Boah, die ist aber echt schön. Ich glaube, ja, von Weitem sieht es halt immer sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, generisch? Ne, nicht generisch. Hallo, mittlere Maustaste! Geht ihr nicht mehr? Doch. Zum Glück hat hier bald eine neue Maus liegen. Sieht alles generisch aus, aber ich denke mal, wenn man so ein bisschen nahe dran geht, dann geht's eigentlich. Wie viele fahren da jetzt auf dieser Strecke von zwei Haltestellen? Wollen wir mich veräppeln? Warte mal. Fünf. Nicht dein Ernst, mein Freund. Linienübersicht. Wir wollen nicht. Fünf. Das? Da? Ah. Ah. Oh. Eine reicht. Da fährt eh noch keiner mit. Okay. Ah, fällt mir ein, hier oben ist ja ein Freizeitgebiet, ne? Da könnte man theoretisch eine Schleife von einer Straßenbahn reinbauen. Das war das damit so ein bisschen angrenzen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Da habe ich jetzt Bock drauf. Da machen letztendlich auch die Straßenbahn ein bisschen mehr Sinn. Und die Brücke ändert sich ein bisschen. Das ändert sich ein bisschen. Die Brücke ändert sich ein bisschen. Äh. Ich überlege gerade, wo sollen die denn, sollen die bis hier hin fahren? Ja, ne? Also bis dahin ist top. Also am liebsten, am aller, allerliebsten hätte ich das bis zum Bahnhof. Jetzt ist nur die... Ja, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich. Diese Straßenbahn wird zu einer U-Bahn. Geht das überhaupt? Oder wir nehmen eine zweispurige Straße mit Stra... Lol. Dann ist die im Verkehr mit drin. Und eigentlich geht es. Wir haben ja nicht so viel Verkehr. Ist top. Nein, jetzt kommt die Autobahnauffahrt. Ach, scheiße. Oh, warte mal. Wir können ja hier die Halte... Ne, können wir nicht... Äh, wir brauchen jetzt eine Drehung. Eine wunderschöne Drehung. Okay, ich mache die Straße wieder zurück. Wir machen das anders. Anders machen wir das. Wir müssen ja die Lösung dafür finden. Und das wird echt spontan. Eigentlich wollte ich ja unten das Wohngebiet weiterbauen. Beziehungsweise das große Gebiet. Aber da dachte ich mir, die Leute wünschen sich schon so lange eine Straßenbahn. Da konnte ich von meinem Herz aus... ...nicht tolerieren, jetzt keine Straßenbahn zu bauen. Gehört sich scheiße an. Ich weiß. Äh. Straßenbahn. Come on. Straßenbahn-Gleis ist einfach nur das Straßenbahn-Gleis. Das ist... Das ist echt die einzige, die sich lohnt, ne? Alles andere wäre so ein bisschen komisch. So. Ah. Okay. Ich mache es nochmal weg. Boah, wie schnell da Leute einziehen. Der Wahnsinn. Es geht da so ein bisschen runter. Aber man kann ja auch... Ähm. Ja, das ist doch perfekt. Muss ja nur an der U-Bahn vorbeikommen. Bitte, bitte. Lass dich an der U-Bahn vorbei. Oh. Hallo? Ja, ich komme vorbei. Nice. Die wird wieder so teuer und dann fährt damit keiner. Doch, damit muss jemand fahren. Bitte. Sie fragen, ob ich dann so einen... Na, ich nehme dieselbe Straße wieder zurück. Die ist ja zweispurig, ne? Okay, das ist cool. Das ist cool. Sollen wir mal ganz kurz Pause machen? Ich verdiene immer... Doch, jetzt hat er wieder 13+. Ich habe keine... Wie gesagt, Optimierungsfolge muss mal kommen. Auf jeden Fall. Oh, wollte ich schon sagen. Der ist verbunden. Mal wieder kommen. Das kommt ja immer so alle paar, ähm... Wochen mal. Top. Na genau, jetzt ist das... Jetzt ist das Strom schon mal weg. Ähm... Ja, wir können das jetzt... Das ist ja keine... Keine stark befahrene Straße. Da könnte man jetzt echt hergehen und einfach eine Straßenbahnstraße machen. Vielleicht macht man die an der Stelle auch ein bisschen dicker. Ne, geht leider nicht. Macht dann hier so einen Turn rein hinten und fährt dann zurück. Na doch, mach... Also... Die Straße würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn ich jetzt hier die dicke Variante nehme. Weil einfach, wenn man diesen Turn da mit drin hat... Fällt gerade auf... Ich habe immer noch diese 5 Meter eingestellt. Ich weiß nicht, ob das relevant ist. Ich hätte die gerne... Die Straße genau auf dem Boden. Zieht der immer hoch. Na, nice. Ich glaube, das ist, weil hier dieser Berg ist eigentlich, ne? Sollen wir da mal ein bisschen gerade machen? Bauhöhe. Oh mein Gott. Pinselgröße. Oh Mann. Ja, Pinselstärke ist auch gut, ne? Oh, boah, Alter. Okay, so lassen wir das. Die Pinselstärke mal ein bisschen runterdrehen. Ja, so ist besser, glaube ich. Ja. Okay. So, Straße am Start. Jetzt geht's aber. Jetzt geht's. Bitte lass es gehen. Straßenbahn, Straße. Wird ein bisschen länger die Folge? Kein Problem. Ich glaube, einer hat mal geschrieben, mach bitte die Folge kürzer. Da dachte ich so, warum? Ach, kann man auch hierher fahren? Lol. Da hätte es wahrscheinlich auch gerade so geklappt. Das ist top. So. Parkhaus könnte man hier noch dran machen. Wir haben jetzt ja ein Parkhaus am Start. Boah, das ist echt schön, dieses Gebiet. Normale Straße um die Ecke rum. Dann da runter. Dann nehmen wir mal die Streets hier. Normale Straße haben wir hier. Nein. Ach. Weißt du, die eine Seite stand da drauf, die andere nicht. Voll gut. Also auf dieses Upgrade-Modul. Da war es nämlich. Ja, so ist das top. Das fährt da rein. Hier kommt dann die Straßenbahn gleich um die Ecke. Unten im Pfad auf. Die Frage, wo ich die dann drauf... Ich denke mal, hier ist von links oder so, ne? Das ist ja irgendwo... Ah, hier unten ist sie. Da ruft die Straßenbahn schon. So, einmal ein Straßenbahn-Gleis. Ja, wie komme ich denn da runter? Ah, warte, ich muss so machen. Hallo? Zehn Meter unter der Erde ist das. Ah, interessant. Wollte ich schon immer mal wissen, wie tief wir da sind. Hä? Ah, äh, das brauche ich. Okay. Wollte, da musst du ja echt gucken, was man hier anhat und was nicht. Jemand sagt, er soll den Vogel auch wieder umstellen. Aber das ist quasi, wenn ich unten was aktiviere, dann wird der Vogel böse. Ich bin so bescheuert. Naja, das sehe ich doch eh nicht. Warum will ich denn jetzt die perfekte Straßenbahn haben? So. Nein, wir nehmen die. So ist doch gut. Ja, so ist doch perfekt, Allah. Und dann fahren die jetzt quasi da runter und dann ist schön. So. Dann haben wir es doch schon. Dieses wunderschöne... Nee, Touristengebiet ist es nicht. Hallo? Verbinde dich. Warum ist das denn jetzt so? Bäm. Da wird der Vogel böse da oben. Das ist echt eine Heimatstraße geworden. Das muss ich gleich nochmal ändern, da unten. Ah, jetzt geht's auch. Lol, ey. Cool. Okay, Straßenbahn fährt schon mal durch. Einziges, was wir hier noch brauchen, ist halt so ein Wendegerät, damit die an der Stelle auch wieder zurückfahren kann. Das heißt, da brauchen wir jetzt quasi ein... einen Straßenbahn-Wende-Kreis. Oder man macht so... Na, so... Also eigentlich wird so ein Kreis reichen, ne? Aber wie kriegt man denn den Kreis jetzt einigermaßen klein dahin? Da sieht das kacke aus. Okay, ich glaube, ich lasse mir da noch was einfallen. Äh, ich werde hier noch ein bisschen tüfteln. Hier kommt noch ein Park aussehen, das kann ich euch mal ganz gerne zeigen. Äh, parking... Kann man das so... Schreibt man das so? Parking? Da ist es. Large Parking Garage. Oh, die ist aber echt large. Ja, gucken wir mal, ob das hierhin kommt, ne? Vielleicht kommt es auch woanders hin. Vielleicht hier so mittendrin. Müsst ihr mal schauen. Aber ich denke mal, hier kriegen wir auf jeden Fall noch was hin. Wenn wir den Berg wahrscheinlich ein bisschen abflachen. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und wir haben eine Straßenbahn. Da ist sie. In der noch keiner fährt. Null. Aber hier wohnt auch keiner. Okay, haut rein. Tschüss.